morgen aus hamburg und herzlich willkommen zu unserer wie die rubrik my first trade heute geht es um dax 40 als cfd wollen wir das jetzt noch mal präsentieren das wird das erste instrument sein wenn wir also die reise machen my first trade wo wir die erste order platzieren und wir werden uns jetzt also noch mal detailliert um dieses produkt cfd kümmern ich werde das mal kurz hier aufschreiben ja für alle also cfd übersetzt contract for different und ja für die einen oder anderen denken das ist neues produkt das letztes jahr oder vorletztes jahr entwickelt worden ist nein das ist ein ganz ganz altes in anführungsstrichen produkt in den 70er jahren angefangen aber richtig zum vorschein kam es in den 90er jahren ubs bank london hat haben zwei händler es entwickelt um die stempelsteuer zu umgehen ja und in europa letztendlich auch in deutschland bin ich vor circa 20 jahren drauf gestoßen ein großer broker hat dies zum ersten mal angeboten ja und ich bin ein großer ja oder riesen fan von diesem cfd handel warum weil der cfd handel sehr transparent ist ja wir haben dort im cfd handel keine laufzeiten ähnlich wie beim oder wie beim future ja weil wenn sie den dax future zum beispiel handeln haben sie ja immer diese quartale ja märz juni september und dezember wo sie denn die position schließen ja wir haben hier keine sogenannte knockout schwellen sondern wir können selber einstellen wo ist unser risiko ja am cfd handel eignet sich also idealerweise für den aktiven handel cfd handel auch damals auch unter anderem mit entwickeln wie ähnlich beim future auch sein depot abzusichern weil und da komme ich dazu wir können long und short die orders platzieren das heißt ich kann auf feine kurse setzen ich kann auf steigende kurse setzen am anfang vor circa 20 jahren gab es nur indizes also dax s&p etc konnte man als cfd handeln mittlerweile kann man auch physische aktien darauf handeln das bedeutet wenn ich jetzt zum beispiel eine bmw oder eine apple eine amazon habe und ich merke wow wir stehen kurz vorm rekordhub der markt schwächelt kann ich also dort diese schwäche phase auch in der aktie nutzen um auf feine kurse zu setzen ich persönlich nutze den cfd handel ausschließlich für den index handel und ich habe mich vor jahren darauf spezialisiert den deutschen aktienindex zu handeln in dax 40 und da ist dieses produkt ideal warum das kann ich ihnen sagen weil ich dort ein sauberes risiko und money management vollziehen kann denn bei den future kontrakten sind wir immer von der deutschen börse immer vorgegeben welchen kontrakt mini kontrakt mikro kontrakt im dax ist es ganz einfach wir nehmen mal das beispiel wir knacken endlich die 17.000er marke im dax so und dann kann ich in meiner software einstellen möchte ich jetzt pro punkt auf steigenden kurs ein euro verdienen möchte ich pro punkt zehn cent verdienen möchte ich pro punkt sogar ein cent verdienen oder das ganze auch auf fallenden kurs ich möchte jetzt gerne auf fallenden kurs spekulieren und kann in meiner software dementsprechend den punkte wert einstellen das bedeutete auf der anderen seite aber auch was wir uns die nächsten wochen ja immer wieder darum wo wir uns konzentrieren mit dem sauberen risiko money management wenn ich einen stop loss platziere das ist wie so eine knockout schwelle kann ich das sauber umsetzen ja aber carlos cfd handel ist ja so risikoreich etc sicherlich wird man immer in eine ecke gelegt aber wenn man cfd handel betreibt im dax zum beispiel dax 40 und platziert immer einen stop loss was ich euch als grundregel gebe immer einen stop loss zu platzieren dann ist es nichts anderes als wenn du ein eigenes bankprodukt kreierst nämlich mit einem stop loss und du kannst dein tech profit einstellen etc es ist aber wirklich transparent ja wir haben die möglichkeit mit hebel zu arbeiten auch dort werde ich immer wieder um hebel 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 ein zu erhebe kann zu kann mein depot schrettern und da gebe ich euch auch recht ein zu hoher hebel ist von denjenigen der das verkehrt bedient natürlich toxisch warum wenn du natürlich nicht das risiko money management dazu nutzt dann ist ein hoher hebel natürlich gefährlich wenn wir aber sagen wir riskieren nur ein prozent von unserem depot zum beispiel bei 10.000 euro sind das 100 euro dann berechne ich ja die positionsgröße und da meine damen und herren um jetzt vielleicht auch technisch ein bisschen rein zu gehen brauche ich ja ein instrument was ich skalieren kann wo ich sauber einstellen kann wenn ich nicht so ein großes konto habe dass ich sage ich kann mit 0,34 lots in den markt gehen meine damen und herren wenn jemand da draußen jetzt mit mir den dax 40 handeln möchte und hat vielleicht keine millionen auf dem konto oder 100.000 möchte mit 15 20.000 mit dem trading beginnen dann ist dieses produkt cfc sehr sehr spannend wir haben in diesem produkt keine nachschusspflicht mehr in europa das bedeutet wenn euer konto wenn euer stop loss platziert ist und euer konto wenn ihr es auch zu überhebelt was ja nicht machen solltet aber ist vielleicht ist der eine oder andere der einen fehler macht oder den kein stop loss platziert es gibt im cfd-handel in der europäischen union keinen nachschusspflicht mehr mittlerweile steht aber auch cfd der cfd-handel so unter nicht beschuss aber von der regierung dass man sagt man besteuert den cfd-handel separat dort laufen aktuelle klagen gegen weil letztendlich die bankenlobby da ein bisschen gegenfeuert weil cfd ist natürlich sage ich mal ein produkt von brokern für trader etc und das wird aktuell von der bankenlobby nicht gerne gesehen weil die wollen ihren zertifikaten handel so ein bisschen in den vordergrund legen der aktuelle hebel den man in europa bekommt ist bei 1 zu 30 das ist ganz einfach zu berechnen in dem cfd dax 40 handel man nimmt den index stand und dividiert das ganze denn durch den einzelnen hebel wenn man offshore geht wer gibt es den einen anderen broker der ihnen auch 1 zu 100 1 zu 200 anbiet aber aufgrund der europäischen union bekommt ein privat trader maximal ein hebel von 1 zu 30 wenn ich das alles zusammenfassen meine damen und herren für den handel eignet sich der dax 40 cfd kontrakt idealerweise für auch ein anfänger trotz mit diesen 1 zu 30 hebel weil man sauberes risiko money management platzieren kann ist also ideal um strategien umzusetzen das war so ein kleiner exkurs in den cfd handel und meine damen und herren es gibt mittlerweile auch abweichungen von cfd handel auch wir handeln teilweise dynamic swaps es werden also neue produkte aktuell auch kreiert aufgrund der steuerproblematik in europa beziehungsweise in deutschland mit dem cfd handel aber das wäre jetzt noch ein anderes thema nächste woche kann ich ihnen schon sagen steigen wir dann ein in die technische analyse fangen an mit den darstellung der kerzenformation ich wünsche euch allen eine erfolgreiche woche gute kurse und mal gucken ob wir die 17.000er marke diese woche oder nächste woche knacken bis dahin gute trades und bleibt gesund